Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe eures Alles über einen Kamm, Rhodesian Ridgeback-Podcast. Hallo Christine. Hallo Daniel. Du begrüßt mich übrigens, wie ich aus der letzten Folge entnommen habe, nicht wirklich, wenn du eröffnest. Das ist eigentlich ganz schön unhöflich. Das tut mir leid. Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich eröffne. Es ist ja nicht so, was ich so oft mache. Naja, du kannst jetzt in deinen Lebenslauf auf jeden Fall schreiben, dass du Podcasterin bist. Das kann ich in meinen Lebenslauf schreiben. Das kannst du jetzt ab sofort in deinen Lebenslauf schreiben. Ich stelle dir dann auch ein sehr gutes Erführungs- beziehungsweise Arbeitszeugnis aus. War stets bemüht. Stets bemüht. Alles zur vollen Zufriedenheit erledigt an Aufgaben, die ich ihr mitgegeben habe. Außer die Begrüßung. Außer die Begrüßung, ja. Das ist keine Absicht. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber da erhöhen wir nach und nach den Professionalisierungsgrad. Das kriegen wir schon hin. Ich bin gespannt. Ja. Ah ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei der Sendung mit der Maus. Aber, oder besser gesagt, die Sendung mit dem Richback. Aber heute wollen wir doch mal ein bisschen über Freude und Leid der Erziehung des Rhodesian Richbacks sprechen. Beziehungsweise wie sich so die ersten drei bis vier Jahre eines Rhodesian Richbacks denn so aus unserer Sicht darstellen. Und ich denke, einige von euch werden sich da wiederfinden, werden das verstehen. Wenn die, die jetzt das erste Mal einen Richback bei sich haben und als Lebenspartner an ihrer Seite haben, lasst euch gesagt, wir kennen es alle, ihr müsst durchhalten. Das ist es. Ihr müsst durchhalten. Am Ende werdet ihr den Preis dafür ernten. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber zu Anfang mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben, nämlich Richard Parker hat vor kurzer Zeit Spot kennengelernt und Spot, ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere, wenn er den Namen hört, weiß, was das ist. Ansonsten googelt es gerne mal, denn Spot ist der Roboter von Boston Dynamics. Der kostet so irgendwas zwischen 70.000 und 100.000 Euro und ist im Endeffekt einem Hund nachempfunden, mehr oder minder. Vielleicht kennen einige von euch auch die Serie Black Mirror und in der, ich glaube, in der zweiten Staffel gibt es auch eine Folge damit, wo der nicht so freundlich gegenüber Menschen ist. Sehr zu empfehlen. Jedenfalls durft ihr ihn kennen. Ich habe da auch mal ein, zwei Videos und Fotos von gemacht. Die werde ich auch nochmal bei Instagram veröffentlichen. Das ist wirklich sehr witzig. Da habe ich jetzt nach zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal meinen Hund mal wieder bellen hören. Und darin liegt so viel Witz, aber auch so viel Tragik in dieser Situation, dass es, ja, weil Hunde oder Tiere allgemein ist einfach diesen Fortschritt, den der Mensch vorantreibt, halt einfach so 0,0 nachvollziehen. Und er einfach damit auch nichts anfangen konnte. Wobei ich mir sagen muss, wenn ich mit Parker spazieren gehe und Rüden oder Hündinnen auf ihn zukommen, freu dich und mit ihm spielen wollen, da guckt er die mit dem Arsch nicht an. Das ist ihm völlig egal. Der hat gar keine Lust zu. Aber mit dem Roboter wollte er spielen. Warum auch immer. Warum auch immer. Aber da gebe ich euch auf jeden Fall gerne nochmal ein paar mehr Einblicke. Das war auf jeden Fall ein definitiv sehr lustiger Moment, das muss ich sagen. Weil diese Roboter, es ist einfach wirklich faszinierend, wie die sich bewegen, was die können. Ja, bemerkenswert. Und der war bei uns im Büro zu Besuch. Und das konnte ich mir nicht entgehen lassen, den mal Parker auch vorzustellen. Wahnsinn. Absolut. War ein schöner Moment und war ein witziger Moment. Definitiv. Ja, ansonsten, Christine, wie sieht es bei dir aus? Immer noch Sommer, immer noch warm? Oh ja. Sonst noch was? Schneide ich jetzt auch wieder nicht raus. Das peinliche Schweigen. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das freut mich. Das war Christine. Damit ist alles gesagt. Naja, so, Christine, du als die Expertin an meiner Seite, die mich immer berichtigt, die für mich quasi ein bisschen auch die Judikative hier ist in diesem Podcast und sich immer genau anhört, was ich hier so sage und was richtig, was falsch ist und du immer einspringst, dann, wenn es bei mir in die falsche Richtung abdriftet, Erziehung. Gehen wir mal nur von den ersten ein bis drei beziehungsweise vier Jahren aus. Wie ist denn da so, du bist ja jetzt mit vier Ridgebacks und du hattest ja dann auch vorher noch den Bricks. Wie siehst du denn so die drei Jahre, die man mit den Hunden verbringt, weil man sagt ja Ridgebacks sind Spätentwickler, die brauchen immer ein bisschen länger, um ja auch so eine gewisse Souveränität zu erreichen und erwachsen zu werden. Was sind denn da deine Erfahrungen? Also meine Erfahrung ist vier bis fünf Jahre. Okay. Ich finde, nach vier bis fünf Jahren werden die erwachsen und vorher, okay, die heiße Phase, aber das ist sicherlich, wenn die körperlich dann langsam, wenn sie die Größe erreicht haben eben und langsam auch erwachsen aussehen und von ihrem Strebertum eben ins Aufständische dann fallen. Schön gesagt. Das ist schön gesagt. Es sind auch meine Erfahrungen mehrere Phasen. Am Anfang eben, wenn die ganz klein sind, klappt alles super gut. Der Fortschritt ist umwerfend und fantastisch. Und wie oft wir in der Hundeschule Vorführhund waren dann oder Vorführmensch-Hund gespannen. Oh ja. Auch da können die aber unterscheiden, hier bin ich auf dem Hundeplatz und hier bin ich jetzt aber auf dem Spaziergang, finde ich, dass da eben Gelerntes auch nicht unbedingt dann angewandt wird. Deshalb muss man eben, also die Hauptarbeit ist für mich auch nicht auf dem Hundeplatz, sondern eben, um das zu übersetzen in die Realität, wenn wir draußen unterwegs sind. Und deshalb gibt es bei uns mehr Übungen draußen als auf dem Hundeplatz, eben um das draußen zu festigen, was dann auch super klappt. Bis dann wieder so eine Entwicklungsphase kommt, wo die dann ein Selbstbewusstsein dazu gewinnen und wo die einfach wieder Grenzen antesten und wo die einfach auch dann mal sagen, nö, mach ich jetzt nicht. Und jetzt? Ja, das sind die Phasen dann, wo man mit Kontinuität und Geduld eben dranbleiben muss. Aber man muss auch, auch meine Erfahrung, immer wieder mal Pausen machen. Also ich habe für mich herausgefunden, wenn ich mich zu sehr versteife und zu sehr irgendwas wieder eintrainieren und umsetzen will, dass das dann ganz schnell auch ins Gegenteil umschlagen kann. Und dass sie dann komplett dicht machen, weil es einfach nur noch nervt und mit zu viel Druck ist. Und dann lasse ich eben wieder ein bisschen lockerer. Aber ich vergesse natürlich das Training nicht, aber dann haben sie vielleicht mit dem, worauf sie zum Beispiel sitzt. Irgendwann auf einmal kriege ich den Mittelfinger gezeigt. Nö, ich mache jetzt keinen Sitz mehr in einer so einer Entwicklungsphase. Dann werde ich aber, also ich würde dann eben beenden, dass sie Sitz macht zum Beispiel, er oder sie. Einmal muss ich das noch schaffen und dann lasse ich aber erstmal locker. Und dann warte ich nochmal zwei, drei Tage, ist dann Pause und dann machen wir das wieder. Und ich dann hoffentlich auch mit einer etwas besseren inneren Einstellung, weil meine innere Einstellung auch leidet, wenn die Hunde mich eben antesten und ich dann das Gefühl habe, ich kriege es nicht gebacken oder ich bin nicht gut da drin. Oder Mensch, ich müsste das doch aber eigentlich hinkriegen und mein Gott, die konnte das schon und jetzt will sie es mir aber zeigen. Und ich unterstelle ja dann irgendwelche Menschlichkeiten, die sie eigentlich gar nicht hat oder er. Ich habe mehr Hündinnen erzogen als Rüden, deshalb spreche ich jetzt wahrscheinlich von sie meistens. Ja, in diesen Situationen muss ich dann zum Beispiel aufpassen, dass ich nicht unfair werde, dass ich nicht mich da so drauf verhärte und ich muss auf meine innere Einstellung dann einfach achten. Und ganz oft in solchen Situationen ist meine innere Einstellung nicht gut für diese Erziehungssituation. Deshalb tut es dann nicht nur dem Hund gut, sondern auch mir, wenn ich dann aus dieser Situation einfach mal rausgehe und einfach dann den Hund mal wieder Freude haben lassen kann. Und dass ich ein bisschen entspanne und dann eben wieder einsteige mit einem positiveren Gefühl. Weil das zeigt mir mein Hund dann eben auch, dass jetzt eine andere Situation ist, okay, dann setze ich mich eben mal hin. Ja, das kann ich definitiv nachvollziehen. Also, ja, in dieser Anfangszeit, wenn der Hund beim Eins sieht und man sich mit ihm beschäftigt und für ihn natürlich auch alles neu ist, dann auch mit der Hundeschule. Eigentlich waren wir auch nur in der Hundeschule für die Sozialisation, würde ich mal behaupten. Weil, wenn man ja ein Tier bekommt, dann ist es ja eigentlich auch das größte Hobby, was man halt hat. Weil er ist ja nun da, man muss sich um ihn kümmern oder um sie. Und dann würde ich auch nicht sagen, dass ich jetzt so ein krasser Streber bin oder so toll bin, sondern einfach nur, dass, wenn man sich viel mit seinem Tier beschäftigt, dann erntet man auch relativ schnell so die ersten Erfolge. Dass er dann eben schon sitzt kann, auch auf Entfernung beispielsweise, dass sowas halt einfach funktioniert in jungen Monaten dann schon. Und dann kommt aber irgendwann diese Phase, wo das einfach krass tagesformabhängig ist. Also halt auch das pubertäre Gehabe. Heute funktioniert es, morgen ist gefühlt alles wieder vergessen und du fängst eigentlich bei null an. Und da die Ruhe zu bewahren, das fällt mir auch extrem schwer. Oder ich glaube, ich hatte das auch schon mal erzählt, das Allerschlimmste finde ich eben dieses, der Hund läuft 20 Meter vor dir und du siehst genau, da kommt ein anderer Hund dir entgegen und du weißt einfach schon so, da will er jetzt gleich hin. Und du rufst ihn vorher schon ab und er guckt dich einfach nur einmal an und zeigt dir dann den Mittelfinger und läuft dann aber los. Also er hat in dem Moment die Entscheidung und du sagst es ihm früh genug, komm zu mir oder sowas und er guckt echt dich an und überlegt kurz und sagt, ne, jetzt erst recht. Und das sind Momente, da muss man echt, wie du schon sagst, da muss man wirklich richtig cool bleiben, weil man dann so viel Menschliches da reinlegt in diesen Entscheidungsprozess. Weil man dann halt einfach denkt, ja, das ist jetzt, der zeigt dir wirklich fast buchstäblich den Mittelfinger. So, und das sind Momente gewesen, boah, das fand ich hart. Das sind eigentlich für mich so wirklich die krassesten Triggerpunkte gewesen. Wenn er dann mal nicht gehorcht hat, so, weil mein Hund ist ja nicht dafür da, dass er mir irgendwie, dass er Kunststücke vorführen muss oder dass ich ihm aus Langeweile irgendwie sage, so, jetzt setz dich hin, leg dich hin. Sondern das sind ja eigentlich die Basics, die er braucht, jetzt aus meiner persönlichen Situation gesprochen, um einfach hier in einer Stadt beispielsweise auch zu funktionieren. Um da dann halt irgendwie mithalten zu können. Eigentlich ist es egal, wo man jetzt, wo man jetzt lebt, so. Ein Hund sollte natürlich in den meisten Situationen dann halt auch auf den Rudelführer hören. Aber es ist halt was anderes, wenn du direkt, keine Ahnung, an einer Hauptstraße wohnst oder wo es halt wirklich um, Anführungszeichen, auch im Leben und Tod geht, ne. Also, jetzt mal so. Also, Gefahren lauern überall, ne. Ja, 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 das ist klar. Aber ich meine jetzt so die, die aus der Zivilisation, die Gefahren der Zivilisation, das meine ich jetzt wieder nicht klar. Das kann überall passieren. Aber das finde ich, das finde ich immer, finde ich mal krass. Und da muss man halt echt sagen, das Schlimmste bei Parker war eben wirklich dieses nicht abrufbar sein, wenn eben andere Hunde unterwegs waren. Und das hatte der lange, auch das Springen, das Hochspringen an einem, das hat der auch lange gemacht. Also, bestimmt, bis der so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr war, wo ich dann auch dachte so, boah, hört das denn gar nicht auf. Ja, und das ist ja schon eine Größe dann schon, da kannst du den Leuten eben nur noch schlecht sagen, das ist ein Welpe, weil er ist schon echt ein großes Tier dann einfach, ne. Ja, genau, und das, das muss ich halt sagen, also da gab es dann halt auch einfach öfter, öfter tatsächlich dann auch mal stressige Situationen mit anderen Hundehaltern, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, da habe ich jetzt ja auch nicht irgendwie dann doof reagiert oder so, aber das, das muss ich sagen, aber das, immer wieder, wenn ich jetzt auch Menschen treffe, egal ob die einen Ridgeback haben oder eine andere Rasse, die dann halt auch sagen, oh ja, es tut mir leid, irgendwie mein Hund, der ist noch irgendwie so jung, dass ich dann immer sage, ey, ich kann das so nachvollziehen. Und da hilft halt wirklich nur Geduld, es ist einfach so. Ich komme nochmal eben zurück auf Mittelfinger zeigen und da ist ein anderer Hund und ich entscheide jetzt selber da hinzulaufen, ne. Und also kenne ich auch die Situation und ich habe bei meinen die Erfahrung gemacht, wenn ich dann wütend werde, und das werde ich ja dann so ein bisschen, ne. Also dann rufe ich eben auch wütend nach dem Hund, ne. Das ist ja ein ganz anderer Tonfall, in dem ich dann den zurückrufe und beordere. Und da ist mir aufgefallen, dass das überhaupt gar nichts bringt, dieses wütend werden. Also bei meinen jetzt, ne. Sondern ich muss, und das habe ich tatsächlich gelernt, ich muss meine Angst runterschlucken, weil es ist ja ein Stück weit auch Angst. Scheiße, der rennt jetzt einfach los. Was passiert jetzt? Steht da ein Jäger hinter dem nächsten Baum? Steht da, fährt da ein Auto gleich irgendwie ihn über den Haufen? Verstehen die Hunde sich da jetzt gut? Macht der Mensch irgendwie? Tritt der Mensch jetzt gleich meinen Hund weg? Oder, also es sind ja tausend Gedanken, die dir durch den Kopf dann gehen, weil du die Kontrolle gerade nicht mehr hast in der Situation. Was halt eigentlich echt scheiße ist bei so einem großen Hund. Ja. Und trotzdem, das muss ich dann alles runterschlucken und dann muss ich in einem freundlichen Ton, muss ich dann zurück, also mein Rückruf muss in einem freundlichen Ton sein, sodass sie merken, wir sind willkommen und dann funktioniert das. Okay. Also das war aber auch ein Prozess. Ja, das ist, ja, das kann ich bis zum gewissen Grad unterschreiben, bei Parker funktioniert das irgendwie ein bisschen anders, auch heute noch jetzt so mit sieben, fast acht Jahren, also was ich immer noch merke ist, Hunde, die nicht an der Leine sind, also so wie Parker, der läuft ja meistens auch mir einfach so hinterher und den interessiert ja das meiste auch nicht, die findet ja auch super uninteressant. Aber sobald Hunde an der Leine sind, die findet er super interessant, da muss er gefühlt immer hin. Boah, das ist auch ein Phänomen. Ja, das merkt man, als wenn er irgendwie wüsste, so da, ich weiß nicht, woran das liegt, aber Hunde an der Leine, warum auch immer, die findet er interessant, ansonsten freilaufende Hunde sind ihm völlig egal. Aber gut, ähm, und bei Parker funktioniert das tatsächlich so, ich rufe ihn dann erstmal natürlich sehr freundlich, das zweite Mal auch noch freundlich, das dritte Mal auch noch ein bisschen energischer, aber spätestens dann, bei Parker funktioniert das tatsächlich eher so, dass ich ihn schon bestimmt und deutlich rufen muss, dass er dann checkt, so, okay, ich muss jetzt wirklich stehen bleiben, ich weiß nicht. Wobei, du hast recht, bei Anjango muss ich auch bestimmt sein. Bei Anjango funktioniert das auch mit, wenn er merkt, jetzt meinst du es ernst. Ja, weil sonst, wenn ich ihm sage, wenn er jetzt fünf Meter vor mir läuft, er soll aber eigentlich jetzt gerade, weil dann vielleicht viele Menschen entgegenkommen, also bei Fuß gehen und ich sage, Parker, Parker, bei Fuß bitte. Also ich muss ihm mittlerweile eigentlich nur noch Parker sein, dann bleibt er halt stehen, dann weiß er, okay, ich warte, muss auf ihn warten. Das funktioniert aber nicht, erst bis ich dann irgendwann, Parker! Und dann guckt er und dann sagt er, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Und dann denke ich immer so, warum muss ich immer alles dreimal sagen? Ja gut, aber er muss ja auch, das ist jetzt nämlich die Sache mit wieder Mensch- und Hundkommunikation. Weil unsere Hunde haben sich schon auf uns eingestellt, die wissen schon die Betonungen des Wortes Parker oder Anjango oder, ne? Aber eigentlich bräuchten wir ja für jeden Befehl, oder was heißt Befehl, für alles, was wir von denen wollen, bräuchten wir ja eigentlich ein anderes Wort. Und ganz viele benutzen ja einfach nur immer den Namen. Den Namen für komm, für bleib stehen, für warte, immer den Namen eben, ne? Und da ist ja auch klar, dass die Hunde erstmal überlegen müssen, was will der jetzt von mir oder was will die jetzt von mir? Also theoretisch müssten wir uns am Anfang dieser Hundeerziehung eine Liste machen mit Wörtern, die wir für welchen Befehl einsetzen. Diese Liste müssen wir selber auswendig lernen. Das sind viele, das sind echt viele Sachen, die man von seinem Hund dann auch will. Und diese Liste muss man selber auswendig lernen, damit man sich nicht vertut mit den Wörtern, ne? Also so wäre das eigentlich für den Hund wahrscheinlich besser zu verstehen. Ja, völlig korrekt. Das hat man ja am Anfang auch so gemacht, dass man dann eben so ein wirkliches, also so ein Stopp, dass er halt einfach stehen bleibt, ein Sitzplatz, ein Kommen oder halt auch so dieses Notfallsignal, so hatte das damals unsere Hundetrainerin gesagt, dass es eigentlich einen Begriff geben muss, der absolut kompromisslos ist. Wenn du den rufst, das ist bei uns war das halt so ein Zu-mir, dass wenn er das hört, halt auch sofort zurückkommt. Und so ein Kommen halt eher so ein, so nach dem Motto, so jetzt weiter. Jetzt hast du genug getrödelt, ne? Gib mal so ein bisschen mehr Gas, komm einfach. Aber dieses Zu-mir halt wirklich heißt, so, du sollst jetzt hier an meiner Seite sein, in diesem Moment auch und nicht darüber nachdenken. Und das hat, oder das funktioniert auch eigentlich heute immer noch, aber wenn man dann jetzt fast acht Jahre mit seinem Hund zusammenlebt, dann ist man auf eine gewisse Art und Weise einfach schon eingespielt, dann weiß er das auch. Wie gesagt, oft reicht halt einfach so ein Parker und er bleibt dann einfach auch stehen und wartet auf mich, so. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich irgendwann auch so ein Ding der Bequemlichkeit, ne? Bei einem selbst. Dass man dann einfach gar nicht mehr so diese ganzen vorher, früher gelernten Kommentare dann auch wirklich immer so einsetzt. Ja, das schleicht sich ganz schnell ein. Ich habe mich jetzt aber auch gerade gefragt, ist es vielleicht irgendwann auch tatsächlich gar nicht mehr so notwendig, weil die Hunde, weil man halt so ein Team geworden ist, ne? Weil die Hunde, die kennen mich ja besser als ich mich selbst und die verstehen viel mehr im Laufe der Zeit. Genauso wie ich viel mehr verstehe, was das bedeutet, wenn mein Hund jetzt das macht oder dieser Blick, was der bedeutet, ne? Das ist dieses Zusammenwachsen einfach. Eine Anekdote fällt mir da auch zu ein. Mit Gaia war das. Gaia war noch ganz klein und wir sind in eine Hundeschule gegangen und Brixx hat uns immer begleitet. Und dann hat der Trainer mal wieder geschimpft. Leute, hört auf in ganzen Sätzen zu sprechen. Ihr müsst einfache Worte, damit die Hunde euch verstehen, ne? Das sind halt keine Menschen. Okay. Habe ich gesagt, pass mal auf. Ich zeigte mal eben, wie das funktioniert bei uns. Und Brixx stand vor mir, ne? Und dann habe ich gesagt, Brixx, sitz! Und Brixx steht vor mir und guckt mich groß an. Und ich sage nochmal, sitz! Also knapp und prägnant halt, ne? Und Brixx guckt mich immer noch fragend an. Und dann habe ich gesagt, Brixx, mach mal bitte sitz. Und sofort hat er sich hingesetzt. Und ich habe nur gesagt, siehste, meine Hunde, die verstehen ganze Sätze. Ja, einfach, weil er sich daran gewöhnt hat, weil ich in ganzen Sätzen mit ihm gesprochen habe immer, ne? Und er hat dann geschnallt, was ich von ihm will. Die Welpen brauchen aber eine Weile. Also die können das nicht sofort. Also das ist schon, da verlangen wir unseren Hunden schon auch einiges ab. Ja, definitiv. Und da müssen wir einfach die Geduld haben und das Vertrauen auch, dass wir da eben langsam zusammenwachsen. Und alle, die es ernst meinen, alle, die nicht aufgeben, weil der Hund nicht so funktioniert, wie man sich das jetzt gerade vorstellt. Und alle, die wissen, dass das ein Prozess ist und dass das dauert und dass ein Tier, was ich mir anschaffe, auf Lebenszeit bei mir ist. Und ich ein Leben lang, das Leben des Tieres lang für dieses Tier verantwortlich bin. Die werden das irgendwann auch erfahren. Und alle, die mit Herz und Liebe und Geduld, aber auch mit nötigem Verstand halt da dran gehen. Nein, die werden, bin ich mir sicher, irgendwann mit ihrem Tier so zusammenwachsen, dass der Hund auch ganze Sätze versteht. Ja, ohne Scheiß. Ich mache das genau so. Also ich, wenn ich mir, ich überlege, wo du das jetzt gerade erzählt hast auch, ich sage wirklich immer bitte zu Parker dann auch. Parker, setz dich bitte hin. Parker, komm bitte zu mir. Also ich habe da so eine Höflichkeitsform ihm gegenüber. Oder wenn er zum Beispiel niest, dann sage ich auch immer Gesundheit. Völlig bescheuert. Aber da haben mich manche Leute auch schon irgendwie komisch angeguckt. Aber ja, in ganzen Sätzen rede ich mit ihm auch. Das mache ich exakt genauso. Und das, was du sagst, ja, das meine ich halt mit der Geduld. Aber ich hatte damals so ein Bild vor Augen. Nämlich bevor Parker bei mir eingezogen ist, habe ich hier bei uns beim Spazierengehen so durch die Stadt dann einen Herrn gesehen, einen älteren Herrn. Und der hat, ich weiß gar nicht, ob es ein Ridgeback war. Ich glaube schon. Und der trottete dann einfach hinter ihm her. So in zwei Meter, drei Meter Abstand. Der ist einfach die ganze Zeit, weil ich bin auch eine ganze Zeit dann so parallel zu ihm gelaufen, flanierte er so. Und dieser Hund trottet ihm einfach ohne Leine hinterher. Und das Bild habe ich bis heute im Kopf. Dass ich mir damals gesagt habe, wenn ich meinen Hund kriege, so weit möchte ich kommen, dass mein Hund, also dass ich gar nicht immer so unbedingt hingucken muss. Und so weit bist du, ne? Ja. Und das ist es. Ich habe es selbst gesehen, Leute. Ich bin mit Parker und Daniel durch die Stadt hier in Münster marschiert, durch die Fußgängerzone. Und du brauchst es überhaupt nicht hingucken. Und Parker ist hinter dir her. Ja, also da sind wir wieder Thema Leidenpflicht und so. Und das ist manchmal immer noch Konfrontation. Und ja, ich weiß, ein Hund gehört an die Leine. Und das ist so. Und dagegen sage ich auch nichts, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, können Sie mal bitte einen Hund an die Leine nehmen? So nicht jeder ist ein Hundefreund und muss es sein. Und es gibt Menschen, die haben Angst davor. Und ich hatte gerade jetzt auch wieder bei uns in der Wohnung, in der ich wohne, also in dem Haus besser gesagt, da leben schon viele Parteien. Und auf dem Innenhof, als ich rausgegangen bin aus der Haustür, Parker lief vor mir, habe die Tür aufgemacht, Parker ging raus, ich hinterher. Und dann ging er halt auf den Hof und ich hinter ihm her. Und dann standen da zwei Nachbar, äh, Nachbarinnen. Und er hat so ein paar Schritte auf die eine der beiden Nachbarinnen zugemacht. Und die hat anscheinend panische Angst vor Hunden. Also ich wusste das in dem Moment auch gar nicht. Und Parker lief halt so drei Meter vor mir. Und dann, weil die angefangen hat, so, können Sie mal bitte einen Hund an die Leine nehmen? Ah, die hat dann schon so angefangen, die Stimme, und wurde halt schon so laut. Und Parker dann natürlich dadurch so, oh, das ist jetzt ja interessant, da gehe ich nochmal einen Schritt drauf zu, ne? Und dann habe ich aber Parker in der geschwunden, dann kam er auch zurück. Und der war wahrscheinlich so drei Meter von ihr entfernt. Und dann habe ich mit der auch erstmal angefangen zu diskutieren, so, ne? Weil, also dann habe ich auch gesagt, gute Frau, ich wusste das ja nun gar nicht, ne? Und als sie das Signal gegeben hat, dass sie das nicht möchte, habe ich Parker ja auch sofort zurückgerufen, ne? Und dann kann man wieder sagen, ja, ich wäre da jetzt, weil ich weiß gar nicht, ob sie dann auch irgendwie sagte, dass ich dann nicht aufmerksam war oder das zulassen würde, dass der Hund irgendwie sie belästigt oder sowas. Und dann kann ich ja dann auch irgendwie nicht, ne? Die andere Dame stand da neben mir, die hat einen Dackel, die guckt dann auch immer schon so, ey, ich muss mir aber jetzt ja wohl keine Sorgen um meinen Dackel machen, ne? Dann habe ich sie auch noch gesagt, nee, müssen sie überhaupt nicht, weil so ist er halt nicht, ne? Und dann meinte die Dame, die andere Dame, die sich dann so aufgeregt hat, dann halt auch, ja, ich wurde vom Hund gebissen, so. Und deswegen habe ich ihr gesagt, ich kann das nachvollziehen, aber diese Pauschalisierung finde ich auch nicht in Ordnung, ne? Weil das ist für mich, ist das immer so, so als, als, ähm, weiß ich nicht, so sehr liberaler Mensch, dass ich mir denke, so ja auch nicht jeder, ähm, Flüchtling ist kriminell. So, das ist, für mich hat das immer irgendwas von Pauschalisierung, ne? Also, das ist halt meine Sicht. Es ist, ich, ich hab, ja, 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 also, es gibt mit Sicherheit, äh, Hundebesitzer, die lassen ihre Hunde laufen, bei denen klappt das nicht so wie bei euch. Ich hab euch, ich mein, ich, ich kenn euch, ich seh euch, ich kenn auch Hunde und ich kann das, ich kann sowas einschätzen. Und wenn mir jemand mit einem freilaufenden Hund entgegenkommt und ich seh schon, äh, das ist so ein todguter Hund, der interessiert sich überhaupt nicht, ähm, dann, dann ist das in Ordnung für mich. Und, aber ich hab auch keine Angst vor Hunde, ne? Ja, deswegen. Ähm, das Problem ist eben, Menschen, die Angst haben vor Hunden, und das kannst du eben niemanden nehmen, ähm, bei einer Hundebegegnung jetzt, ne? Das ist, genau, ich sag immer, das ist, wenn er Angst hat vor Spinnen, so, das ist auch irrational, aber, ähm, es ist einfach so. So, es steckt drin, und da müssen wir schon Rücksicht drauf nehmen, was du ja dann getan hast, als du es wusstest, ne? Ja, ja. Ich kann die Frau auch verstehen, weil sie hat Panik, und für sie war vielleicht diese Distanz, äh, schon so weit unterschritten, dass die Panik bei ihr richtig losgeht, so, das kann ich, äh, schon auch verstehen. Aus dem Grund leihne ich zum Beispiel im Wald, wenn ich irgendjemanden sehe, ich leihne grundsätzlich dann erstmal an, damit eben, ähm, ich den Leuten, die Schiss haben, ähm, dass ich die nicht in diese Situation kommen lasse. Die meisten haben ja aber halt gar keinen Schiss. Die meisten sagen ja dann auch, nee, lassen sie laufen, ist in Ordnung. Ähm, ja, das ist, äh, also ich verurteile dich nicht dafür, dass du mit Parka ohne Leine läufst. Ich sehe, wie das bei euch funktioniert, ich, ich sehe, was für ein Typ Parka ist, dass es jetzt eben nicht erlaubt ist, das ist die andere Sache. Und dass da Leute auch ganz andere Erfahrungen mit freilaufenden Hunden gemacht haben, ähm, so erkläre ich mir das, wenn die wütend sind, eben, wenn die einen Mensch-Hund gespannt, gespannt sehen, wo es eben funktioniert. Aber die haben andere Erfahrungen gemacht und gehen erstmal davon aus, dann wahrscheinlich. Ja, ja, ich bin hier auch einfach mal ganz ehrlich und ich, äh, sage auch, ich benehme mich jetzt hier nicht wie die Axt im Wald, ne? Nicht, dass das jetzt, äh, den Eindruck macht, als würde mir, wäre mir das alles egal. Wenn ich eine junge Familie zum Beispiel sehe, die mir entgegenkommt mit einem kleinen Stöpsel, der vielleicht nicht mal so groß ist wie Parka, ich hole Parka dann immer zu mir, ne? Und lasse ihn an meiner Seite gehen oder halte ihn sogar auch fest und signalisiere dem Gegenüber so, ey, ich achte schon drauf, ne? Weil die wissen ja nicht, was kommt da jetzt, ne? Wobei ich da manchmal auch denke, ähm, also so einen gesunden Menschenverstand sollte man jetzt mir auch zutrauen oder dem Menschen, das muss ja jetzt nicht mal auf mich bezogen sein, dass wenn ich weiß, dass ich mich irgendwo bewege, wo viele Menschen, Kinder oder sonst irgendwas unterwegs sind, dass ich da keinen bissigen Hund auf die zulaufen lasse. Aber nichtsdestotrotz ist mir das klar, sie kennen mich nicht, also hole ich ihn auch zurück. Ja, und das gibt es alles, ne? Ja, natürlich, deswegen. Das ist so eben das Problem. Und die Dame hätte ich jetzt auch nicht mit der Situation konfrontiert, nur ich konnte dann nicht mehr so, also was heißt so schnell reagieren? Ich konnte schon noch reagieren, weil Parka war immer noch drei Meter oder sowas von dir weg, ne? Und das habe ich ihr auch gesagt, ich so, ja, entschuldigen Sie, ich bin gerade aus der Haustür raus. Und dann kam sie und meinte so, ja, sehen Sie, und dann können Sie ja gar nicht reagieren, ne? Und dann meinte ich so, ja, gute Frau, doch, ich habe reagiert, ne? Und Parka kam auch sofort zu mir, ne? Aber das sind dann eben so diese alltäglichen Dinge, wo ich mir dann selber sage, okay, innerlich rege ich mich da schon drüber auf, aber ich signalisiere dann meinem Gegenüber schon, also ich nehme das ernst, ne? Und ich sage nicht, ich setze euch allen meinem Tier aus, ne? Also das möchte ich auch hier an dieser Stelle klarstellen, sodass das nicht der Fall ist. Aber sonst, ja, finde ich, dass man kriegt für das Vertrauen, weil das ist der Moment, das weiß ich auch noch ganz genau, wo ich Parka das erste Mal von alleine gelassen habe. Auf so einem Hundefreilaufgebiet natürlich auch, nicht in der Stadt. So, das ist ein sehr unwohliges Gefühl, was man da irgendwie hat, dass man jetzt sagt so, jetzt lasse ich dich einfach mal frei laufen, auch wenn es ein eingezäunter Bereich ist, weil er einfach nicht weiß, was du machst. Aber dieses Vertrauen, was man seinem Hund entgegenbringt, das kriegt man dann irgendwie auch zurück. Und ich weiß, bei Parka, der würde nie irgendwas aufnehmen an Futter, was rumliegt oder so. Der ist schon so oft an einer Currywurst oder Pommes oder irgendwelchen Hundeleckerlis einfach vorbeigelaufen, weil er nimmt halt nichts auf, was ich ihm nicht gebe oder was ihm angeboten wird, sagen wir es mal so. Wow. Ja, also das ist Fakt. Und deswegen muss ich da tatsächlich nicht so krass drauf achten. Wodrauf ich achten muss, sind eben sowas wie Scherben und so, ist natürlich klar. Aber das mit dem Vertrauen, das sehe ich nämlich genauso, dass dieses Vertrauen auch erstmal wachsen muss. Und dass du das nicht deinem Hund gegenüber, also dem Welpen gegenüber musst du das Vertrauen erstmal gewinnen. Und genauso muss der Welpe dir gegenüber das eben auch gewinnen. Oder das muss man sich gegenseitig verdienen, so glaube ich eher. Und da weiß ich eben auch Situationen, denen ich immer aus dem Weg gegangen wäre, weil ich dann da Schiss vor hatte. Boah, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, Mist. Aber das Vertrauen entsteht oft in Situationen, mit denen man überhaupt gar nicht gerechnet hat, auf die man gar nicht vorbereitet war, die man gar nicht sonst so zugelassen hätte. Und plötzlich steht man aber vor dieser Situation und merkt, ey, mein Hund reagiert total geil. Und ich brauche mir überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Und das sind dann diese Momente, wo das Vertrauen in den Hund eben kommt. Und dadurch, dass man dem Hund mehr Vertrauen auch gibt und auch mehr Freiheiten lässt, dadurch beweist er das einfach auch immer mehr. Und dadurch wird der Hund auch entspannter dabei. Ja, total. Also das ist es. So Parka weiß, dass ich ihm einfach wirklich vertraue und ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also so Fußgängerwege zum Beispiel. Ich muss ihn da nicht mal drauf hinweisen. Das macht er einfach alleine. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Fahrrad fahre oder sowas, dann lasse ich ihn ja auch ohne Leine neben mir laufen. Und teilweise an der Straße oder sowas, dann mache ich nur das Handzeichen und dann läuft er aber parallel neben mir auf dem Fußgängerweg einfach entlang. Er weiß halt, da bin ich safe, da kann ich langlaufen und ich fahre halt auf der Straße. Also das sind so Momente oder ich hatte, ich glaube, gestern oder vorgestern Abend war das. Wenn ich mir so eine kleine Abendrunde mache, dann gehen wir immer am Ende, wenn wir zurückkommen, beim Italiener entlang und bei dem Italiener auf der einen Seite halt die Glasfront des Gebäudes, wo da drin ist. Und auf der anderen Seite sind dann eben die Tische und Stühle, wenn die Menschen da draußen sitzen. Und dann läuft er halt bei Fuß ganz nah neben mir und dann, ich habe das natürlich auch nicht gesehen, das war wie so ein Spießrutenlauf, kamen auf einmal so drei Hunde so unter verschiedenen Tischen auf einmal hervor. So kleine Dackel und Pudel oder was weiß ich, was das waren. Und dann natürlich alle so auf Parker zu. Und Parker hat es halt null interessiert. Das ist einfach neben mir einfach weitergelaufen. Und ich dachte mir so, das ist so ein Moment, genau den du sagst, wo ich einfach denke so, er macht keine Ansage, er macht nicht mal, als wenn es ihm einfach, also es interessiert ihn so 0,0. Und das ist schon so ein kleiner Moment, wo ich denke so, ah geil. Und ich habe es ja selbst erlebt auch, als wir eben vor zwei Wochen oder wann, als wir uns hier getroffen haben, um das vorzubereiten. Naja, genau. Ja, stimmt. Da waren ja auch Situationen, wo Hunde sich auf ihn stürzen wollten und er einfach kackern cool geblieben ist. Ich liebe sowas. Ja, total. Und dann haben die Leute auch alle immer große Augen. Und dann denke ich mir, ja, das ist dann auf eine gewisse Art und Weise auch der Verdienst, dass man denen halt einfach so viel Vertrauen schenkt. Und manchmal merke ich sogar, dass Parker dann nahe zu mir kommt und eigentlich richtig dankbar ist, wenn ich ihn an die Leine nehme. Weil er dann halt in dem Moment so weiß, okay, jetzt muss ich mich gerade nicht mehr konzentrieren. So, jetzt kann ich einfach mitlaufen, so nach dem Motto. Das merkt man auch richtig, als wenn er einmal so durchatmen würde. Ja. Ja. Ich komme jetzt nochmal auf Trainer zu sprechen und Erziehungsmethoden, weil da auch immer wieder nachgefragt wurde von euch. Also es gibt einfach so viele unterschiedliche Theorien und Methoden. Und ich persönlich kann euch nicht sagen, was für euch das Beste ist. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, dass man authentisch bleiben sollte, also dass man keine Methoden anwenden sollte, die man gar nicht versteht oder die einem auch widerstreben, weil das passt nicht. Und der Hund merkt das einfach, dass ihr da nicht kongruent seid, dass ihr nicht authentisch seid, dass bei euch was nicht stimmt, dass ihr irgendwas versucht, was gar nicht zu euch passt. Ich habe mehrere, ich habe unterschiedliche Hundeschulen mir auch angeschaut und ich habe unterschiedliche Trainer schon erlebt und ich muss gestehen, es gibt bis jetzt keinen einzigen, bei dem ich alles gut fand und wo ich hinter allem auch stehen konnte. Aber ich habe mir eben von allen das rausgesucht, wo ich Aha-Effekte hatte und wo ich mir dachte, jau, so könntest du das auch mal probieren und das könnte passen und das könnte für Anandi funktionieren. Aber zum Beispiel für Anjango funktioniert das überhaupt nicht und bei Anjango funktioniert eben was anderes. Und da ist wieder diese Eigenverantwortung und da kann niemand euch sagen, das ist am besten für euer Tier, das wisst nur ihr selber. Ihr selber wisst am besten, was für euer Tier am besten ist. Manchmal braucht man eine Weile, um das rauszufinden, aber ihr findet das raus. Wenn ihr das wirklich wollt, dann findet ihr das raus und hört auf euer Bauchgefühl. Ja, und das ist eigentlich der Tipp, den ich immer für alle habe. Hört auf euer Bauchgefühl, achtet auf euren Hund. Weil es gibt Trainer, die behaupten, für jeden Hund passt jede Methode. Das sehe ich komplett anders. Die Hunde sind genauso Individuen wie wir Menschen und auch auf die Hunde müssen wir eingehen. Und manchmal machen wir auch Fehler und das ist auch nicht schlimm. Wir dürfen nur den gleichen Fehler nicht mehrmals machen. Das ist in der Hundeerziehung, im Leben, das ist halt einfach so. Und das ist eure Verantwortung und die ist nicht leicht. Aber das wusstet ihr schon, als ihr euch den Hund angeschafft habt. Und alle, nochmal, das habe ich glaube ich gerade in einem anderen Zusammenhang schon gesagt, alle, die die Liebe und Geduld haben und auch den Verstand, die begreifen das und die werden das auch hinkriegen. Ja, weise Worte. Das habe ich damals ja bei dir halt auch gesehen, so wie du da mit denen, aber das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass das auch so für mich so ein kleines Aha-Erlebnis war, als bevor die Züchtung ja überhaupt angefangen hat, damals mit Gaia, bevor sie die ersten Welpen gekriegt hat, da haben wir dich ja mal besucht und dich dann ja gesehen mit den Hunden, dass man halt richtig gemerkt hat, dass in der Ruhe eigentlich auch die Kraft liegt. Das ist ja zum Beispiel auch die allerschwerste Übung für die Welpen. Nicht Sitz oder Platz ist das Schwerste. Das Schwerste ist einfach, dass die zur Ruhe kommen, weil die oft so aufdrehen und nach müde kommt doof, ist ja so ein Sprichwort. Also wenn die richtig aufdrehen und dann ihr Ende nicht finden und so komplett überdrehen und dann fangen die an zu schnappen oder zerstören Sachen, dann haben die diesen Punkt halt einfach überschritten. Und das ist tatsächlich mit die schwerste Übung, den Welpen zur Ruhe kommen zu lassen und dass der Welpe eben auch merkt, das ist jetzt gut und ich muss jetzt auch mal Ruhe. Und das ist die schwerste Übung. Ja, das stimmt. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt erst mal zur Ruhe, denn wir sind am Ende dieser Folge zumindest. Nicht am Ende mit den Nerven. Vielen Dank, Christine, dass du wieder die Zeit gefunden hast, mit mir hier heute aufzunehmen und auch vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und ja, wenn ihr mehr von uns erfahren beziehungsweise hören oder sehen möchtet, dann besucht uns gerne auf unserem Instagram-Kanal Kamm Podcast oder Kamm Punkt Podcast als auch bei Spotify. lasst ein Abo da, gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns natürlich auch sehr. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch bei uns in unseren Shownotes finden. Steady.com slash Kamm Podcast. Wir freuen uns über jeglichen Support von euch und sagen erst mal alles Liebe, alles Gute an euch und eure Begleiter und einen wunderschönen Spaziergang. Wunderbar. Bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.